Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ja moin, sagra mich Warte, ich kann dich stoppen Warte, ich kann dich stoppen Dann müssen wir eine Aztage machen Geht, er redet zu schnell, ich weiß gar nicht was abgeht Äh, ja, äh, äh Gut, Dank, wir machen gerade ein Reaction-Video auf einen von unseren Kollegen Äh, Rahman, äh, ich weiß nicht was denn zu Ja, wie heißt er? Rahman Quasio Ja, das ist sein Youtube-Namen, verlinkt mir die Namen noch Schaut sein Video an, es ist arabisch Also ihr werdet ja nichts davon checken, aber Ist sein erstes Video überhaupt Ich wollte mir das anschauen Das hat ja überhaupt nicht Falls man es nicht sieht, es ist, äh PUBG Mobile Ja, ich mach mal gleich auf Fullscreen hier schon mal hier Alter, diese Grafik ist wie der Hammer Ja, und was hat den so lange gebraucht, ich mein Ich hab keine Ahnung Dann leckt's auch manchmal Und die Musik einverfügt ist auch nicht gerade das Schwierigste Aber wer weiß Da kommt noch was krasses Und jetzt sagt er 26 Minuten lang nix Erlaubt halt echt nicht Wir reden für ihn Ok Wie wir jetzt hier grad sehen können Er hat seine 2 AKs und seine Pistole Mit dem ersten Kill Ohhhh Mit der AKM Äh Soll irgendwas anders Ist zerstört worden Ok Also die Grafik ist Ja, die beste Grafik Aber das ist einfach mobile Das game Ja Er hat einfach ein schlechtes Handy Äh Apple Spiders Die Grafik von mobile Allgemein schon ist nicht gerade die beste Oh, mit Hilfe Wo hat er sich schon ausgerüstet? Also nochmal zum Klartext, falls wir hier erraten haben Die Zuschauer Auf seinem Kanal sind keiner Inhalt Äh Ja Oh, er hat geredet Der zweite Kill Und der dritte gleich hinterher Ganz Teamkill eigentlich Ich war ein Team Oh, das war kein Teamkill Ne Wer soll es denn angucken? Daumen Er hat gesagt, er bekommt 1000 Aufrufe Ja, er hat gesagt, er bekommt 1000 Aufrufe Ja, er hat gesagt, er bekommt 1000 Aufrufe innerhalb einer Woche Ja Und bis übermorgen Kriegt er anscheinend 40 Ne, ne, da hat er doch gesagt 100 Ne, 40 Ne, über 40 Ne, hat er gesagt 100 Zu mir hat er gesagt 100 Zu mir hat er Unsere Wette geht über 40 Achso Ok Trotzdem wird er verlieren Anscheinend macht er Also er hat mir schon einen kleinen Spoiler gegeben Jetzt werde ich gleich mal sagen Er anscheinend wird er in der Runde 20 Kills machen Ja, deswegen braucht es das zu lang Wie lange geht das Video überhaupt? Halbe Stunde Was? Oh, ja, 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 ja Spur mal ein bisschen vor oder so Oh, schon wieder ein Oh, ist es ein Kill gewesen? Nein Oh Oh, das war schon wieder ein Ein Ja, er hat ihn gedauert schon mal Ja, also hier müssen kannst du dich vorspulen Ja, ich auch Ja, dann können wir uns da vielleicht noch ein, ein, zwei Videos anschauen Fürs Video Logisch Muss ja bisschen Was? Meins andere oder was? Ja, ja Ja, wir müssen auch bisschen mehr als Das auch Es sind noch Ich kann es nicht erkennen, Alter Warte, wo steht's? Irgendwo rechts sollte stehen, oder? Also ich leben sieben noch und er hat 15 Kills Also Ich kann jetzt noch fünf machen Mit Mobile, okay, aber die anderen sind halt scheißeweise Mobile spielen Und schafft das Es sieht bis jetzt schon mal keiner an Mega Wir gehen denen halt echt mal wieder tipps Ey, spuren mal wieder ein bisschen Ja, erster Tipp Jetzt nicht Okay, tschüss Lass, 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 da So Jetzt gibt's hier Stress Ja, er lacht immer schon mir das Bild, also das muss ich mir echt lachen Zieh dir den Win durch, ziehst du? Was glaubt ihr? Schreibt's jetzt in die Kommentare Ne, wir machen jetzt eine kleine Abstimmung Ja, oder nein Oben rechts der Elke Genau Sollte jetzt auch poppen Ich dachte gerade, er fragt uns die ganze Zeit Ja, euch frag ich jetzt auch mal eure Meinung Diese Musik, ey Er wird's machen Ja Ja, ich bin auch dafür, dass er es schafft Auf geht's Ich glaub nicht, dass er dich hört Nee, nur Platte, aber Das ist aber schon ein Fuli Aber die Leute lenken ihn auch schon ein bisschen Ja, ist allgemein das Spiel, ey Ja Bisschen 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 Fünf Leute leben noch Drei Leute leben noch Hey, das Video ist nicht zu Ende Ja, ich kitz' den Alles Hey, bei mir ist es bei 8 Minuten Ja, wir sind bei 25 Minuten Hallo, dann spiel ich 25, 23 Nein Nein Hast du's gemacht? Ja, genau so, genau so Perfekt Alter, die Musikrasse Pst 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 Das kenne ich sogar. Alter. Das kenne ich sogar. Sam, ich frage mich gerade, seit wieviel Jahren macht der das, Alter? Da ist der eigentliche Hin, Alter! Ein bisschen. Oh, 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 oh! Oh, shit! Alles klar. Irgendwelche Russen. Ja, das ist der, Alter! Ja, das ist der. Ja, das ist der. Ja, das ist der. Ja, das ist der. Nein, das ist so bitter! Oh, das ist so bitter! 1, 1, 3 Ja Hatte sogar ein Zampfen mehr gemacht Hä? Abmenn hatte sogar ein Zampfen mehr Oh Der hat schon 16 Aufrufe, Digga Ja, ich hab nicht gehört, ich weiß Oh, oh, Death Metal Jetzt verfolgt es dich Ja, ist halt echt so Übermorgen macht Frau Schäfer Mathe und so richtig in Death Metal Viel Glück zu machen Digga Wie knapp Okay Warum hat er viele? Was? Wir sind schon noch oben Pfff Und weg ist er Was? Das ist klug Aber es geht tief wahrscheinlich, oder? Ja Ah, nee, es ist das Respekt Sarah, watch out Okay Hey Oh Entschuldigung 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 Ich darf auch noch mit der Reden, ey Ja Das ist ja Oh, das finde ich wieder cool zugegen E ja Ja Oh, nein. Ja, boin. Würde ich auch machen. Ja. Okay, okay. Oh, oh, das geht, oh nein. Bitte nicht, bitte nicht. Hey, du willst es auch loslassen, nein? Ich kann mir eher bei Deutschen vorstellen. Das kenne ich, das ist krank. Oh, okay. Okay. Entschuldigung. Darf man noch mal nebenreden? Okay, okay, alles, ja. Okay. Geil! Geil! Ah ja, moin. Der Typ ist so schlau. Das ist der Hund. Warum ist der Hund auf der Strecke? Das ist der Hund. Das ist der Hund. Ich hab noch einen Tipp drauf. Oh, ja! Er, du bist großartig! Der will ja nicht drin bleiben, ich weiß gar nicht, ich hab's nicht versteht, oder? Ja, das geht nicht. Ich nicht. Das ist schon dumm. Tschüss. Joom. Alter. Erzähl, das ist richtig geil. Ja. Oh, das kenn ich, das ist sogar echt cool. Kenn ich nicht. Oh, okay, es geht nicht weiter, ich hab gedacht, es würde weitergehen. Baneblade. Warum eigentlich schon wieder Metal? Geil, mit Metal kommt die ganze Zeit. Ja, okay. Nö. Alles klar. Ei. Jo. Ich sag mir eher, was im Hintergrund ist. Ja. Ja. So werden die Dinge aufgenommen. Keil. Für Herr Kapp. Ja. 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 Er ist wiegt mit ihm? Ja. Erher aus Supertalent. Ja. Er sieht genau so aus. Gleiches Entschuldigung. Ich hab, ich hab gestorben. Oh nein. Down. Über. Spin. Down. Crawl. Jungen. Ja, das war's dann wohl. Warte, warte, warte. Ich will kurz ein paar Sekunden Video reinmachen. Kennt ihr das? Ja, das kenn ich. Das find ich richtig geil. Das muss man kennen, Alter. So endet Timmys Hamster. Oh, okay. Ey, schrittert mich an die Drehplatte. Ja, irgendwie so. Dann komm halt, der rennt einfach weiter. Oh! Ja okay. Digga, ich würd's sofort kaufen, Alter. Ja. Dann geht weiter. ich würde mir ein richtiger größe okay das war's nun heute es ist grausam schrecklich auf jeden fall aber erst am donnerstag bitte er kann ich gleich mal die haben jetzt ein twitter kommt offiziell hier drauf ansprechen und er geht einfach mal auf den selben namen machen wir ab und zu mal livestreams eigentlich gar nicht aber vielleicht doch ja einfach auf folgen drücken und ja okay tschö und